Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Digitale Verwaltung. NRW setzt auf Cloud-Lösung von IONOS und Computer Center. NRW geht digital. Cloud-Lösung von IONOS und Computer Center für eine verbesserte Verwaltung. NRW geht digital. Cloud-Lösung von IONOS und Computer Center für eine verbesserte Verwaltung. Von Anita Farke veröffentlicht am Dokument Right to Local Date String.de. Nordrhein-Westfalen geht einen großen Schritt in Richtung digitale Verwaltung. In einer kürzlichen Ankündigung brachte die Landesverwaltung NRWs zum Ausdruck, dass sie sich dazu entschieden haben, die Cloud-Lösungen von IONOS und Computer Center für ihre digitalen Verwaltungsaufgaben einzusetzen. Ein Paradigmenwechsel in der Verwaltung. Mit diesem Strategiewechsel unternimmt NRW einen bedeutenden Vorstoß, um seine Verwaltung zu digitalisieren und modernisieren. Die Umstellung auf Cloud-Lösungen wird es ermöglichen, dass behördliche Verwaltungsprozesse effizienter, sicherer und zuverlässiger abgewickelt werden können. Außerdem wird damit eine größere Flexibilität in Bezug auf Ressourcenmanagement und Prozessanpassungen ermöglicht. IONOS und Computer Center – die richtigen Partner für die Umstellung. Die Wahl ist auf die Unternehmen IONOS und Computer Center gefallen, die beide wichtige Akteure in der IT-Branche sind. IONOS ist als einer der führenden Cloud-Infrastruktur-Anbieter bekannt, während Computer Center ein renommierter IT-Dienstleister ist. Die Partnerschaft zwischen Nordrhein-Westfalen und diesen beiden Unternehmen wird dazu beitragen, eine integrierte Cloud-Lösung zu schaffen, die auf die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen der Verwaltung zugeschnitten ist. Diese Cloud-Lösung wird die Verwaltung dabei unterstützen, die Effizienz zu steigern und die Datensicherheit zu gewährleisten. Ausblick Die Entscheidung für eine digitale Verwaltung durch Cloud-Lösungen ist ein wichtiger Schritt in Richtung Modernisierung der Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese Maßnahme auf die Arbeitsabläufe und insbesondere auf die Effizienz der Verwaltung haben wird. In jedem Fall jedoch ist dies ein positives Signal, dass Nordrhein-Westfalen die Vorteile der Digitalisierung erkennt und bereit ist, diese aktiv zu nutzen. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.